gut wie wir hier wieder rumhüpfen da muss man die immer wieder erforschen, das wäre mir aber neu das wäre, das wäre ja doof, wenn du in jeder Mission wieder in der Stadt bist, die alle wieder erforschen musst oder sind wir in einem anderen Teil der Stadt, das kann natürlich auch sein so und e aber ich habe nichts freigeschaltet bekommen aber ihr wisst was jetzt folgt und zwar ein und das haben wir mal aufgelandet wie in alten Zeiten okay, den haben wir jetzt erforscht, dann würde ich sagen da drüben ist unser nächster Aussichtsturm den werden wir auch gleich mal in Besuch abstatten auch da ist sogar der Falke, der auf dem Aussichtsturm drauf gehört huch, nein was tust du? ja, pfff höre ich öfters soll was, was will ich mit dem Verhalten brahlen weiß nicht, kann man mit diesem Verhalten den brahlen, ich so ein Turm mitten in der Stadt die haben auch ihre Vorstellungen von schick was dieser Mann tut, der auch beachte den Mann, der sich so komisch benimmt, gar nicht da hoch müssen wir okay was kommt, gehen hoch oder so ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht ganz sicher, was könnte sein so geil wie der sich da hoch ranken kann, nee, das ich kann mir nicht wünschen, dass das normaler Mensch könnte und die Aussicht ist großartig hier oben, gell ach, ich muss gar nicht auf das Ding drauf, ich kann mich auch hier erstellen und der Turm ist auf jeden Fall kaputt und der Falke umkreist den Turm zusammen mit uns so, wir haben einen neuen Aussichtspunkt jetzt erforscht oh, Moment aber um hier runter zu springen würde ich dann doch gerne lieber hier runter springen Karte aktualisiert aktualisiert wow, bam alle Knochen tot ja, Knochen können sterben, das weiß jeder was sollen wir denn jetzt also brauchen auf jeden Fall noch einen wir müssen auf jeden Fall den richtigen Turm finden na komm verschwinde so aber anscheinend sind die Turm, die wir die ganze Zeit finden, alle die falschen Moment, die sind jetzt auf dem gewesen oder auf dem gewesen auf den scheinen wir nicht mehr zu müssen auf den da drüben oh war nicht geplant, aber war geil müssen wir anscheinend auch nicht mehr auf den da dann sollen ja irgendwo in die Nähe von der Moschee kommen hier ist doch einer oder habe ich das falsch ja, na klar Moment, gleich außer bei Netto oder bei Aldi oder bei mich ja, ne, sowas sieht man nicht so oft da kommt der gute Mann natürlich nicht hoch aber hier kommt der gute Mann hoch obwohl, Alter, wenn man sich das so anguckt, ey, da wird doch kein normaler Mensch hochkommen mehr ohne Mist oder? Also ich kann es mir zu mir das nicht vorstellen dass man da irgendwie hochkommen soll weil, ohne bemerkt zu werden, das ist ja doch die größte Kunst, dass man nicht bemerkt wird, während man da hochkrabbelt Alter, das würde ja nun wirklich überhaupt niemand schaffen haha Alter, ich würde so Schiss kriegen, wenn ich hier oben hängen würde allein schon von dem hängen würde ich so oh, das war, das war oh, hier müssen wir gar nicht rein, okay wir müssen nur da hoch und und jetzt müssen wir eigentlich das Quest kriegen, weil wir sind ja genau neben dieser Moschee da was anscheinend sein Palast zu sein scheint oder wir haben irgendwas bekommen ach ne, das ist nur wie, wer hab ich denn davon noch boah, geil, was ist denn das? boah, ist der schnell mit dem Ding das macht ja richtig Spaß das macht ja Spaß mit dem Kurzschwert und wie schnell das ging ich bin ja beeindruckt entführt NEIN ich sage sowas doch nicht was hier wohl passiert weiß ich, ne, aber ich frage ich, schau, wie hier, wo hier ist ähm Moment wir haben immer noch hier die richtige Aussicht zone gefunden ich kriege ja ein zu viel Aua, Aua du musst auch gleich zeigen, weil das ein Mistloor ist so, jo hoch so krabbeln da hoch krabbeln da hoch los, krabbeln da hoch krabbeln da hoch ich steige euch aufs Dach wow wow, wow, wow fanden wir ja aber auch keine, ha? und eigentlich, ja genau, zwei Aussichtspunkte, kriege ich mal wieder frei hepp und hepp und hepp und da kriegt dann natürlich wieder einen Sprung hin ey, einer, das würde nie jemand schaffen ohne Mist waffnet euch für den Tag, an dem ihr gewaffnet sein müsst oh mein Gott, das Auge es guckt so böse haben wir jetzt endlich was freigeschaltet ich kriege ein zu viel ohne Mist ich bekomme einen zu viel so zwei von 15 optimalen Missionszielen klasse weil ich verzweifelt bin, Mädel weil ich verzweifelt bin da hinten ist was na komm doch her töt mich doch komm, dann töt mich doch na los dann töt mich doch dann töt mich doch na komm schaffst du das einfach nicht? ja, ich bin hier, Bro ich alter geh mir doch aus dem Weg jawohl und wie ist der Typ grün angezogen? hat das jetzt einen Grund? anscheinend nicht der scheint nur gerade seine Arbeitsklamotten vergessen zu haben ah, sie winkt oh, sie winkt uns sie winkt uns hallo, Mädel das habe ich schon von so vielen gehört sieben von zwölf Bürgern in Damaskus gerettet ok aber es geht weiter und da haben wir jetzt einen Moment da haben wir uns noch einen Turm den würde ich sagen, erforschen wir auch gleich mal warum nicht? können wir gleich mitnehmen da sind wir ja ziemlich nah dran ups und dann scheinen wir da noch eine andere Quest zu haben und dann müssen wir, wie ich gerade gesehen habe zurück nach äh, nach Typen, der uns hilft zurück nach Typen, der uns hilft mein Deutsch ist Bestes von allen nichts gegen Deutsch von mich so, komm, hier mach nein, nein nein ich kriege also viel ich kriege eine zurück yeah okay dann würde ich sagen, wo sind wir jetzt? wir sind wieder hier okay, dann machen wir das nochmal hin, schneller mach schneller schneller, schneller, schneller los komm, das kriegst du hin ja, das kriegst du hin das kriegst du hin das schaffst du das schaffst du, das schaffst du das schaffst du hui, da war ein Stein und diesmal würde ich doch gerne dass du dann nicht wieder runter springst und vielleicht sogar noch ein bisschen schneller hochzuhlst damit du keinen Stein vor nüschel kriegst das soll nämlich nicht so angenehm sein na los, komm, spring doch spring, verdammt spring ich weiß, dass du das kannst nein, was, nein ich lass das jetzt sein wie die Frosche kommen sie hier runter aus allen Ecken und Winkeln wie die Frosche spring los ich werde bestimmt nicht müde das ist KI hier kann ich müde werden unmöglich verstehst du du verstehen, was ich meine du verstehen die Probleme von die Thematik ok wow und auf zurück zum gerade geschlossenen das sieht natürlich auch geil aus kommt doch her ja los, komm ich zeig dir wow eben runterfallen getötet geil und du auch noch der rennt und versucht uns zu verpetzen finde ich sehr gut und wir verstecken uns brauchen wir gar nicht wir sind schon grün und auf ins Büro des Verbindungsmanns alter jetzt die Vorhinein so ein ich glaube das ist ein Dogreader oder so angeschaltet und ich kriege den gerade nicht aus in der Aufnahme naja mein Freund was gibt es meine Suche geht weiter dann lasst euch nicht ablenken was also ich bin sichtlich verwirrt na ok ich würde sagen ich beende ich hier erstmal wieder es ist echt bei Sessions Creed ich kann das nicht länger als eine Stunde spielen ich weiß nicht dann ist bei mir irgendwie die Luft raus oder so es liegt wahrscheinlich an diesem ständigen rumgehalten Kampel was der Typ macht und ständigen rumgespringen ich ich werde wieder was bei der Aufnahme wieder beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin sage ich auf Wiedersehen und lasst euch nicht töten von mir Tschüss ich bis dahin bis dahin bis dahin da